Wir haben jetzt die beiden Youngsters, Hjalmar und Hedwig, sind jetzt mal hier raus gelandet. Die Hedwig ist schon kastriert. Der Hjalmar ist ein bisschen ein ungestümer. Also heute ist, wie gesagt, sein erster Ausgang mit der Schwester in unserer kleinen Gruppe. Die Judy hat ihnen gleich Bescheid gegeben. Also er ist wirklich ein sehr ungestümer Hund, aber es sind beide sehr, sehr nette, liebe Hunde, die sich auf der Straße durchschlagen mussten. Das hier ist der Hjalmar. Die braune ist die Hedwig. Und Hedwig ist schon kastriert, wie gesagt. Und der Hjalmar ist noch zu jung zum kastrieren, da wollen wir noch ein bisschen warten. Das ist der Hjalmar, der weiße. Und das kleine Mäuschen hier, das braune, ist die Hedwig. Hübsche Maus. Hedwig! Hedwig! Hedwig, komm mal her! Komm mal her! Nein, machst du das? Hübsche Maus. Und das ist der Hjalmar. Ja, sowas. Nicht springen! So, noch zwei Badenixen, die gerne in den Schwimmbecken sind. Das freut uns natürlich besonders. in unsere Schwimmbecken verwendet werden. Also, wenn jemand einen Hund sucht, einen Jungen, der gerne badet, dann haben wir hier gleich zwei im Angebot. Ich habe hier zwei, drei, drei, vier. Und das ist der Hjalmar. Und das ist der Hjalmar. Und das ist der Hjalmar. Ich habe hier zwei, drei, vier. Vielen Dank.